Willkommen zurück. Unsere Folge hier bei VW geht weiter. Marius ist schon fleißig dabei an der Tür weiter zu machen und wir steigen jetzt hier wieder ein, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Was machst du hier gerade? Hier an der Stelle war das Blech ja noch doppelt. Da entfernen wir jetzt die eine Lage, die wir nicht mehr haben wollen, also das Außenblech. Wir werden das Innenblech entsprechend in Stand setzen und dann ein neues Stück Außenblech fertigen. Das heißt, das Originalblech ging hier rum und das sind noch die Reste von dem rostigen Blech. Wenn ihr jetzt mal genauer hinguckt, seht ihr, was wir hier eigentlich gerade machen. Obwohl äußerlich das Ganze gar nicht so scheiße aussah, sieht man halt doch schon, dass dazwischen schon Rost ohne Ende eigentlich war. Also allzu lange hätte dies wahrscheinlich nicht mehr gemacht. Ja, das wird zumindest bei Neulack dann irgendwann in ein paar Jahren wieder hochgekommen. Okay, das heißt jetzt erstmal die restlichen Reste noch entfernt. Das war ja original Punktgeschweiß. Genau, das ist Punktgeschweiß. Kommen wir mit unserer Zeile leider aber nicht mehr rein. Wir haben zwar eine Widerstandspunktschweißanlage, komme ich aber, so kleine Elektroden haben wir nicht. Das heißt, hier wird dann später einfach eine Lochgeschweißung sozusagen. Wir haben jetzt ja hier auch auf der Innenseite von der Tür diverse Durchrostung. Was machen wir damit? Das müssen wir auch in Stand setzen. Das heißt, hier auch abschneiden und auch ein Blech rein ansetzen. Ja, irgendwas dann nach dem Saubermachen über Blatt. Ja, ich denke mal nicht so viel. Okay, dann machen wir weiter. Jeder Korseriebauer unter euch kennt bestimmt diesen Geruch gerade hier in der Halle, wenn gefühlt 30 cm Blech runter geschliffen werden. Gibt es eine Möglichkeit, das anders zu machen? Ja, Schweißpunktbohrer. Dafür war der Zustand hier aber schon zu weit weg. Schweißpunktbohrer heißt, das sieht mehr aus wie so ein Fräser. Ja, kann ich gleich mal holen, wo du direkt auf den Schweißpunkt gehst. Hat ein bisschen was von einem Holzbohrer. Ja, ich persönlich nutze den auch nie, weil mich nervt es auch immer. Ich würde es auch immer runterschleifen und so gucken. Dort jeder braucht ein bisschen seine eigene Handschrift. So, wir haben jetzt erstmal, beziehungsweise Marius hat jetzt erstmal jegliche Flächen, wo später wieder ein Brett, ein Brett, ein Blech drauf liegt, erstmal blank gemacht. Genau. Das war jetzt wahrscheinlich erstmal der einfache Teil. Ja. Und der einfache Teil zum Saubermachen. Was machen wir mit hier drin? Das wird natürlich durch das, durch die Tauchentlackung, wird der Rost später da eh weg sein. Ich will jetzt aber nur damit die Zuschauer das einmal sehen, was auch Sandstrahlen bedeutet. Würde ich das einmal zeigen nachher, wie wir das... Ah, okay, stimmt. Hatte ich schon wieder vergessen, dass auch jegliche Anbauteile auch zum Entlacken gehen. Genau. Also prinzipiell ist für uns nur wichtig, dass die Stelle 100 Prozent sauber ist, wo wir gleich ein Blech wieder auflegen. Aber ich würde es einmal zeigen, was vielleicht wissen nicht alle, wie so Sandstrahlen abläuft, was das für ein Ergebnis ist und so weiter. Aber beim Entlacken geht auch der Rost weg? Mhm. Also das Entrosten, Entlacken, das ist... Ja. Kann alles. Nach der genauen Zusammensetzung der Laue darfst du mich doch nicht fragen. Wir haben jetzt hier an der Kante zwischen den Blechen noch so ein paar Stellen. Was macht ihr damit? Ja, das sind im Prinzip ganz schön viele Stellen. Also der Streifen ist im Prinzip komplett desolat. Da werden wir nur die Kante, die jetzt quasi nach unten geht, nochmal ersetzen. Sollen wir hier genau auf der Kante schweißen? Mhm. Das werde ich aber machen, nachdem wir ein Blech angefertigt haben. Mhm. Ist egal, wie rum eigentlich. Mhm. Okay. Das ist eh... Ja, man würde die Kante nicht mehr sehen. Das ist nur die Klemmleiste für die Dichtung quasi dann, ne? Das Innenblech. Gäbe es theoretisch für diese Tür hier für ein Reparaturblech? Gäbe es. Würde es geben, theoretisch auch. Ja. Aber ihr macht solche Bleche lieber immer selber? Ich könnte jetzt auch ins Lager gehen und eins holen. Ja. Das ist dann aber wieder beschichtet. Das müssten wir erstmal auch wieder strahlen und so weiter, weil das ist schon zu weit vorbehandelt. Sind das dann aber, wenn dann original VW-Rep nicht hier oder zugehört? Ist zugehört und passen leider auch nicht alle optimal. Okay. Also Außenhaut haben wir relativ gute. Das ist aber jetzt zu schade, eine ganze Außenhaut zu verwenden. Innen würde es als Repblech geben. Mhm. Ja, dafür ist es aber noch zu wenig befallen. Es gibt Türen, wo es wirklich unterhalb mehr oder weniger weg ist. Außerdem, ich fände, Repblech neben wäre ja ein bisschen zu einfach, weil wir wollen ja nicht immer den einfachsten Weg gehen, sondern wir wollen den interessantesten Weg gehen. Ja. Zumindest mal so ein bisschen zeigen, was man so machen kann oder wie Klaus Rieber so im groben funktioniert. Ja. Und ich wollte ja gucken, ob Marius auch wirklich hier Bleche dingeln kann. Vielleicht habe ich auch normaler gelernt. Und hab euch das nur erzählt. Ähm, genau. Also grober Ablauf wird jetzt sein, hier muss eine Art Schachtel drauf. Die werden wir nach hierhin absetzen und unterschieben. Das werde ich dann hier mit der Außenhaut verschweißen. Und in alle Richtungen wird sie abgekantet werden. Also die drei Seiten werden 90 Grad nach unten gekantet oder hier nicht ganz 90 Grad. In den beiden Bereichen werden wir es auch ein bisschen strecken müssen, weil wir hier zwar einen leichten, aber auf jeden Fall einen Radius in der Außenhaut haben. Auf das Gerät können wir gleich gerne einmal eingehen. Ich hab da was vorbereitet, dass wir das mal zeigen können. Radius heißt so? Genau. Also bauchig quasi, so gesehen ist sie nicht, aber in der Hochachse quasi. Genau. Und dann, ja, wie gesagt, das erstmal erst anfertigen, vernünftig anpassen und zum Schluss einsetzen. Würdest du das am Ende nach dem Schweißen auch noch verzinnen, so wie wir das neulich in dem Grip-Video am Hochschule gemacht haben? Ja. Wenn du das willst, mach ich das. Nein. Ist selbstverständlich hier. Also wir zinnen eigentlich 99 Prozent. Das ist bei so einer Außenhaut immer so eine Sache, da kann ich einen Brenner natürlich nicht drauf halten, dann kann ich da Trampolin drauf springen. Aber mit einem Kolben vorsichtig kann man da auf jeden Fall dahinter das ein bisschen glatt ziehen. Mhm. Okay, dann packen wir es. Ja. Also Blech machen. Genau. Was für ein Blech nehmen wir dafür? Das wird 08 sein. Einfach ganz normales? Ja. Also das unbehandelte, ich hab hier schon mal so ein Stück parat gelegt, das werden wir gleich nochmal kleiner machen. Ich leck das mal René voll hinten hier. Ist unbehandeltes, Kausüblech. Hat so ein bisschen eine Tiefzieheigenschaft, ist von der Materialgüte her ein bisschen anders als normales Stahlblech, sag ich mal. Aber im Prinzip unbehandelt einfach. Okay. Genau. Womit würdest du gerne anfangen? Wollen wir das Blech an sich erstmal anfertigen? Wollen wir einmal kurz das Gerät zeigen, was das später macht, was das kann? Nee, ist das sowas von egal. Weil ich würde dich schon ein bisschen einbilden wollen, nicht dass du einschläfst hier. Ich würde sagen, wir machen das in der gleichen Reihenfolge, so wie du es auch machen würdest, wenn ich jetzt hier nicht stehen würde und dir auf Finger gucken würde. Okay, dann würde ich jetzt mal Kaffee trinken gehen. Okay, dann geh mal Kaffee trinken. Nein. Genau, dann fangen wir mal an. Wieso ist hier unten so ein Hartlötpunkt? Das sind, also in der Fertigung sind es ja im Prinzip zwei Bleche, die so aufeinandertreffen. Und ich habe immer das Problem, also VW hat damals relativ viel so Kanten, die, ich sag mal, torsionsgefährdet sind. So eine Tür kann ja auch mal irgendwie eine Hautzimmer zu, obwohl noch was zwischen ist oder so. Und da ist Hartlot ein bisschen geeignet dafür. Also es wurde auch früher viel so Windscheiben, Dach haben, Windschutzscheiben und so die Bereiche auch hart gelötet. Können wir auch gerne wieder hart löten. Wo du gerade sagst, Tür und Finger dazwischen, dann muss ich einen Schwank aus meiner Jugend erzählen. Den aller, allerersten Livestream, den ich damals bei Facebook gemacht habe, wo ich einen Motor eingebaut habe. Wird wahrscheinlich keinem aufgefallen sein, aber da hat ja mein kleiner Bruder die Kamera gehalten und in dem Livestream schmeiße ich die Tür zu. Die fällt auch in die erste Sicherung rein und Joni hat aber seine Finger zugeschrien. Hat dann aber dementsprechend nicht rumgeschrien. Also jeder, der es jetzt sucht, der wird es finden. Relativ am Ende, als das Auto lief. Ja, war ein Finger drin. Ist aber nichts passiert, Finger sind bis heute dran. Aber er hat Wacker durchgehalten. Er fasst nicht mehr rein. Genau, jetzt hat das gelandet. Gut, packen wir es. Okay, also ich habe mir jetzt ausgemessen, wie groß mein Blech sein muss mit allen Ecken, die ich abkanten will, mit dem Absatz, den ich schaffen will, nach hier oben hin. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir mal zur Taferblechschäbe und schneiden das mal zu. Wie groß ist hier im Alltag so die Wahrscheinlichkeit, dass das Blech zu kurz ist danach? Der Vorteil ist ja, bei Metall kannst du ja dran schweißen. Bei Holz ist dann dreimal abgeschrieben immer noch zu kurz. Ist schlecht. Ist schlecht. Nein. Also eigentlich passt das schon. Ich kann mir vorstellen, wenn du das jeden Tag machst, dass du schon irgendwann so ein bisschen auf meinen Gedanken woanders bist und zack ist es halt ein Centi zu kurz. Ja. In guten Zentimeter ist natürlich schon. Aber passiert. Okay, dann machen wir mal los. Bei VW gibt es keine Treppen. Hier geht man sogar eine Rampe hoch. In die Blechabteilung. Das ist Bewegungsfreundlich. Oh, hier liegen ja schon mein Fußmatten, ne? Alter, das war noch Zeit, ne? Die Zeit habe ich gestern. Ich auch nicht, aber kann man sich eigentlich nicht vorstellen, dass man sich sowas wirklich mal als Fußmatten ins Auto gelegt hat, ne? Ja, aber hat es denn jeder gemacht oder war es nur eine bestimmte Marke? Ja, bin ich jetzt nicht drauf eingelegt. Okay, das ist unsere Tafelblechschere. Ist im Prinzip einfach ein Messer, was hydraulisch, ja, senkrecht runterfährt. Sollte man die Finger also nicht reinstecken, hat aber auch einen Schutz, da kommt man nicht zwischen. Damit werden wir jetzt das Blech erstmal auf unser Rohmaß schneiden. Und ja, dann machen wir weiter. Ich hole das Blech mal und fasse zu lange nichts an. Was ich allerdings ganz cool finde, scheinbar gibt es mittlerweile selbst bei VW praktische Handyablagen an den Maschinen hier. Oder wofür ist die? Handyverbot. Handyverbot, ja? Ja, Handyverbot. Äh, so. Äh, 83 wollen wir mal weiter. Stellen wir das hier ein. Auf 83 Millimeter, also 8,3 Zentimeter. Hätte der Maurer jetzt gesagt. Jetzt schneiden wir die mal sauber ab, weil man weiß ja nie, wie der Vorgänger die Tafel geschnitten wird. Weißt du, ob es da wirklich 90 Grad ist? Sicherheitsschnitt. Ja, das muss man sagen. Aber so wie die gerade bei 0,8 der Blech schon geknallt hat, wird das bei 2 Millimeter gut rumsnieren. Äh, ja, das ist schon. Und deswegen sollte man mehr auch nicht reinstecken. Jetzt weißt du auf jeden Fall, wie Björn sich fühlt, wenn ich immer die ganze Zeit dazwischen brabbel. Der ist ja auf jeden Fall. Ich glaube, er hat mehr zu leiden, ne? Hier ist nur der Vorteil, hier können wir einfach noch ein Blech nehmen, wenn zu kurz ist. Genau. Wobei, so viel habe ich in der Stärke noch nicht mehr, habe ich gerade gesehen. Wenn der Zylinder zu groß ist erstmal, dann ist er zu groß. Ich würde sagen, können wir anschweißen, ne? Ja, für alle, die in Geometrie da waren in der Schule, ist es ja natürlich so, wenn ich eine Schachtel kanten will, dann ist jetzt übertrieben mal gezeichnet, diese Ecke zu viel. Mhm. So, weil ich könnte dann das hoch, das hoch, die beiden treffen sich dann wieder. Nochmal für die Zuschauer, die gerade nicht hier sind, du redest jetzt von der Ecke, die unten an der Türkante, wo du sie drüber steckst. Genau. Also eine Seite hatten wir ja gesagt, werde ich gleich absetzen. Die oder die, ist egal welche, noch. Und an die gegenüberliegende Ecke müssen wir ja die kurze und die lange Seite 90 Grad hochkanten. Und dafür muss an den beiden Ecken jeweils so eine Stelle raus. Mhm. Da werde ich gleich so eine Freibohrung für machen im Prinzip, weil dieses Material sich in den Ecken auch so ein bisschen staucht, wenn wir das gleich kanten. Da kann da so ein bisschen Material hin und später löten oder schweißen wir es halt einfach wieder zu. Und ja, ich würde sagen, wir zeichnen jetzt erstmal an, wo wir kanten wollen, bohren das Loch und dann kanten wir. Nochmal für die Zuschauer hier. Wir reden gerade von der Ecke. Wenn wir das jetzt hier so später rumklappen, müssen das Material weg. Ist das Stück zu viel. Okay, machen wir. Das sind Salavim. So, wo sieht das dann aus? Also halt von der Tür übertragen. Ich hoffe, man sieht es, René, diese angerissenen Striche. Was wir jetzt gleich haben wollen an Kantenhöhe. Und ja, werden das jetzt als nächstes umkanten. Und dann gucken wir mal, ob wir richtig gemessen haben. Ja, kommen wir ja so ein bisschen vor wie Björn, nur mit einer Maschine, ne? Nein. Das ist unsere Abkantbank. Kann in dem Fall bis zwei Meter. Hier werden wir jetzt unsere Seiten hochkanten. Problem an einer Schachtel ist immer, ich bin mir bei der zweiten Kante dann selber im Weg. Also ich kannte ja die nach oben und komme dann nicht ran, um die auch zu kanten, weil die Wange dann im Weg ist. Das heißt, wir müssen die Maschine jetzt einmal umbauen auf so eine längere Oberwange. Hat dann den Charme, dass ich damit genau in die Ecke komme und das genau auf Maß kanten kann, ohne dass, wenn dieses Teil hochklappt, dann im Weg ist. Später das Außenmaß erreichen, was wir haben wollen, müssen wir bei dem Anriss immer einmal Blechstärke abziehen. Weil wenn ich Außen messe, habe ich ja logischerweise die Materialstärke noch dazu. Das heißt, für ein Anriss ziehe ich immer einmal Materialstärke ab. Ich glaube, anreißen brauchen wir nicht erklären, ne? Ich denke nicht, ne? Ist ähnlich wie ein Lineal nehmen mit einem Edding und einmal über das Blech ziehen. Nur nicht mit dem Edding. So. Es kommt wieder zum Einsatz. Du darfst dich mal an den Hebel begeben. Ja. Eigentlich geht es mit Fuß, aber bei der langen Oberwange nicht. Ähm. Ja, dann. Ja, dann. Mach mal. Stopp. Ein Stück wieder zurück. Gut. So. So können wir das lassen. So. Jetzt. Bitte wieder zu. So halten. Ähm. Dann wieder raus. Du könntest dich echt als Praktikant bewerben, also. Bin begeistert. Such dir noch Praktikanten? Nein. Praktikant hin hin. Ah. Scheiße. Bin ich leider raus. Okay. Wieder zu. So. Genau. Das war's. Die haben wir jetzt höher gelassen. Warum erkläre ich gleich noch? Also A. Werden sie noch ein bisschen in Form geschliffen. B. Brauchen wir ein bisschen Angriffsfläche für den Kraftform, weil der gleich noch zum Einsatz kommt. Und das wäre jetzt hier die Ecke gewesen, die wir gerade ausgeschnitten haben. Ähm. Genau. Das, was hier jetzt quasi zwischen ist, ne? Ja. Ich hab's jetzt noch ein bisschen weiter aufgelassen, das ist nicht ganz 90 Grad. Weil ich meine mich zu erinnern, dass die Tür an der Stelle nicht ganz 90 Grad ist. Das gucken wir gleich nochmal. So. Weiter geht's. Sieht immerhin schon mal so ein bisschen nach so einem Türblech aus, ne? Also, wieder runter. So. Moment der Wahrheit. Fast. Passt. Ja. Hier ist es noch ein bisschen zu hoch jetzt, ne? Ja. Das schleifen wir gleich passend. Genau. Das ist halt eigentlich das Wichtigste, dass auf jeden Fall diese Linie vernünftig weitergeführt ist hinterher und natürlich auch diese, ne? Damit die Türen wieder zueinander fluchten und das Spalt natürlich auch nicht beeinflusst wird. Das heißt, wir schleifen es jetzt hier erstmal auf die richtige Höhe. Mhm. Und setzen es dann hier ab. Mhm. Dann gucken wir nochmal. Okay. Wenn ich was machen soll, musst du Bescheid sagen, ne? Lieber nicht so viel. Was war dein, was war dein erstes Karosserieblech, was du irgendwo eingeschweißt hast? Meine erste Karosseriearbeit war, dass ich mit meinem Zweier über den Verkehrspoller genagelt bin und mit vatern Schweller wieder auspollen musste. Vorher aber nix anders gemacht irgendwie? Eine Hinspitze oder so? Nee, relativ spät erst. Also. Und was sind die ersten Blecharbeiten, die man in der Berufsschule so macht? Ja, dieser Grundlehrgang mit Teil heißt da glaube ich, da lernt sie erstmal mit der Blechschere rumgehen mit der Pfeile und sowas, ne? So die harten Basics. Und dann kommt, ja, Kanten, Wiegeverkürzung, Sicken, Sickenmaschine. Also erstmal nix Praktisches am Auto oder so? Boah, nee. Also das Problem ist, die Ausbildung in der Industrie ist natürlich anders als die Ausbildung im Handwerk. Also man wurde schon so ein bisschen darauf gedrillt, in die Produktion zu gehen und das an dem Tee zu tun, ne? Man kommt zwar in die Ausbildung in verschiedene Autohäuser und auch zum Beispiel zur VW Motorsport. Was ist auch cool, ist auch gut, dass man das tut. Aber heute in einem Autohaus ist ein Unfallschaden ja auch viel, wir jetzt keinem zu nahe treten, aber viel geschraubte Teile, die man nur tauscht. Also so richtig eine Karossierarbeit. Ja, ja klar. Zum Beispiel in deinem Audi die Seitenteile oder so, das ist ja, ich will nicht sagen, vom Aussterben bedroht. Aber heute klingt ja alles nur noch und klincht. Genau, bei vielen Autos sind selbst die Seitenteile mittlerweile gar nicht auch geschraubt, Ja. dass man die so abnehmen kann. Ja. So, okay, wie geht's weiter? Ja, so ist der Zwischenstand jetzt. Das vermessen haben wir uns immerhin schon mal nicht, zumindest nicht so, dass wir es nicht korrigieren können noch. Jetzt gerade wäre das noch auf Stoß, könnte man mit Sicherheit auch machen, möchte ich aber nicht. Ich möchte das absetzen, wie gesagt. Was bedeutet absetzen? Wir haben Absetzzange, gibt es auch biomechanisch betrieben, also mit Hand. Diese ist jetzt pneumatisch, die setzt im Prinzip das Blech einfach um seine Materialstärke ab, im Prinzip wie eine Treppenstufe. Das heißt, wir können das dann hier unterschieben, haben aber die gleiche Höhe hinterher wieder, die gleiche Flucht von der Außenhaut. Bringt ein bisschen Stabilität rein, fürs Schweißen, fürs Löten und ja, ist einfach stabiler. Die Profi wäre so. Ja. Gibt es auch Leute, die sagen würden, ich würde es auf Stoß setzen aus Rostgründen, weil natürlich ein Absatz auch immer eine Rostquelle ist. Da wir das ja aber auf jeden Fall entlacken und beschichten und so, rostet so ein Absatz eigentlich später nicht mehr. Ich weiß noch, an der Limo habe ich richtig so einen Schweißprimer dazwischen gemacht. Also ich habe das noch, wie hast du gesagt, biomechanisch abgesetzt, weil so ein Ding hatte ich nicht. Und habe einfach so einen Schweißprimer gemacht, der direkt beim Schweißen, ich glaube, das in dem Moment verzinst sich ja sogar so leicht. Genau, würde ich jetzt auch tun, haben wir auch. Da das aber noch chemisch entlackt wird, ist der Primer wieder weg. Okay. Das heißt, es bringt nichts. Das heißt, wir machen es gleich ohne und zumindest die Primer, die ich habe. Ich weiß nicht, ob es vielleicht welche gibt, oder die wir hier haben. Ich weiß nicht, ob es vielleicht welche gibt, die das können, unserer kann es nicht. Ja, das heißt, wir würden es jetzt einmal absetzen. Ausklinken außen und dann müssen wir es hier außen noch einmal stauchen. Aber ich würde sagen, wir setzen erstmal ab. So sieht das dann eingesetzt aus. Ich weiß nicht, wir wollen es noch einmal wieder rausziehen. Sag noch einmal kurz in zwei Sätzen, was du jetzt gerade noch gemacht hast. Wir haben die Kante hier drunter erst abgesetzt. Die hat natürlich aber hier gestört. Das heißt, hier haben wir es noch ein bisschen ausgeklingt. Das war hier die Versteifung, die Verstärkung von dem Inneren. Das können wir jetzt noch ein bisschen hochschieben. Das war jetzt nochmal so der erste Test. Und jetzt sieht man hier auch schön durch die Absatzkante ist das halt alles auf der gleichen Höhe. Genau. Das ist jetzt gleich. Ein bisschen können wir gleich noch einen Millimeter hoch. Dann fluchtet das noch ein bisschen besser zum Absatz. Und dann würde ich in die Tür Außenhaut so alle drei bis fünf Zentimeter ein Loch bohren. Was ich dann einmal vollschweiße. Also ich zwinge das Material zusammen. Verschweiße das. Muss man ein bisschen aufpassen und mal wieder kühlen. Ähnlich quasi wie eine Punktschweißung ab Werk. Genau. Nur halt auf die einfache Weise. Genau. Und die verbleibende Sicke oder der Absatz an sich, der wird dann auch nur partiell verschweißt und der Rest dann zugezinnt. Eine Sache haben wir jetzt noch. Und zwar haben wir ja, wie gesagt, auch wenn nur leicht, aber in dieser ganzen Flucht auf jeden Fall einen Radius. Und wir haben jetzt stumpf ein relativ gerades, also nicht ein relativ, sondern ein gerades Stück Blech da rangemacht. So und wir müssen jetzt noch schaffen, dass dieser Radius hier unten weiter läuft. Das heißt, wir müssen das Material hier unten so ein bisschen, ja simpel gesagt, müsste man es jetzt ein bisschen über ein Rohr ziehen. Das geht natürlich aber nicht mehr, weil wir es ja umgekantet haben. Das heißt, wir werden jetzt hier außen das Material ein bisschen stauchen. Dann zieht es die Fläche ein bisschen mit. Hier in der Mitte müssen wir ein bisschen helfen. Und hier außen macht das für uns der Kraftformer. Das ist was, wo du auf jeden Fall wieder zum Einsatz kommen hast. So, ich habe heute uns gut gefrühstückt. Ich würde das gerne sinnbildlich einmal an so einem simplen Blechwinkel zeigen, den ich jetzt einmal kurz gekantet habe. Im Prinzip sind das zwei Werkzeuge mit vielen kleinen Zähnen, damit die Grip auf dem Material haben. Und da drin sind im Prinzip Keile. Wenn wir die Werkzeuge jetzt zusammen bewegen, können wir mal vorsichtig machen. Das ist ohne Blech dazwischen nicht so gut. Nur ein bisschen mal sehen, sieht man hoffentlich mit der Kamera. Nee, kriegst du das drauf, dass die Spalte kleiner werden. Das heißt, wir packen das Material mit diesen kleinen Zähnen an und drücken es zusammen. Also stauchen es. Die gleichen Werkzeuge gibt es nochmal, sind dann rot, ohne Spalt. Stehen dann so raus, also fast ohne Spalt. Und ziehen sich dann, wenn Philipp jetzt drücken würde, auseinander. Das wäre zum Strecken. Wir wollen aber in unserem Fall stauchen. Ich will es nur einmal sinnbildlich zeigen und dann machen wir es gleich an unserem Reparaturblech. So, das heißt, du darfst jetzt mal zeigen, was du kannst. Aber ein bisschen mit Gefühl, wie zu Hause. Genau. Weißt du? Das kriege ich mit links über hin. Du brauchst gar nicht so doll. Weil wenn man zu doll macht, dann kommt so eine Welle. Also wir machen es lieber an vielen kleinen Schritten. Genau, reicht schon. Ein Stück vorwärts bewegen. Ist auch ein Verfahren, um zum Beispiel Radläufe nachzubilden. Wenn man mal Radläufe reparieren will. Opel ist ein bisschen einfacher, sind fast alle gerade gewesen. Genau. Ich glaube, das reicht schon, dass wir den Zuschauern zeigen können, was jetzt passiert ist. Kriege ich jetzt den Job? Sah ganz gut aus. Ich würde auf jeden Fall in Probearbeiten mal arrangieren. So, je öfter wir das jetzt tun würden, umso stärker würde im Prinzip der Radius werden. So doll brauchen wir es jetzt in unserem Fall nicht. Würde man da theoretisch einen Kreis fast mit hinbekommen? Ja. Gibt das Flech dazher? Stauchen ja, strecken. Wenn wir das jetzt immer weiter strecken, reißt es dann einfach ein. Aber du würdest es jetzt schaffen, also wir würden auf diesem Winkel jetzt auf jeden Fall einmal wieder zusammenkommen. Das würden wir schaffen. Ja, dann würde ich unser Blech da einmal rausnehmen. Das ist natürlich jetzt etwas, was man nicht wirklich gut messen kann. Das muss man so ein bisschen nach Auge machen. Also das ist jetzt in dem, ich habe es nur so gemacht, weil wir unser Blech nur so leicht stauchen müssen, dass es kaum aufgefallen wäre. Deswegen dachte ich, jetzt kann man es an den Winkel einfach zeigen. Zeigen wir doch mal, was geht. Genau. Nehmen wir es einmal wieder raus. Das ist jetzt auch was, wo die, ich sag mal, die meisten Corseriebauer würden es jetzt einfach so nehmen und einschweißen. Genau. Und das wäre dann auch schon die besseren Corseriebauer, sag ich jetzt mal? Ja. Weil, dass man da jetzt noch eine leichte Wölbung reinbringt, ist schon möglich. Es ist halt einfacher für den Lackierer, weil Lackierer arbeiten zumindest bei geraden Flächen viel mit Kanten, also konzentrieren sich viel auf die Kanten. Und wenn die Kante stimmt zum Radius, ist es halt eine Ecke leichter für den Lackierer. Viele sagen, ist mir egal, macht der Lacker. Aber da die Lacker hier im gleichen Haus arbeiten, die kommen dann runter und dann gibt es Pfeffer, weißt du? Deswegen müssen wir es gleich vernünftig hochbringen. So, also meine Aufgabe ist es jetzt, das Blech kaputt zu machen. Genau. Aber wenn du jetzt mich ärgern willst, drückst du einmal voll zu und wir fahren beide nach Hause. Okay. Okay. Bist du soweit? Mhm. Gut. Stopp. Reicht schon. Machen wir mal. Ein bisschen grünner noch. Gut. Das hat definitiv gereicht. Also an der Kante sieht man es auf jeden Fall auch schön. Genau. Die hatte ich aber auch ein bisschen geschliffen, damit es an die Tür besser passt. Aber man sieht, wie es kippelt auf meinem Lineal. Ne? Mhm. Und das reicht in dem Fall schon. So. Gleiches Spiel nochmal. So. Das reicht schon. Ist jetzt wahrscheinlich mit der Kamera kaum zu sehen, aber für unseren Fall reicht das. Ja. Jetzt ist im Prinzip für heute Feierabend. Richtig? Mhm. Erklär nochmal kurz, wie es jetzt weiter geht. Also für heute müssen wir erstmal aufhören. Ist schon spät heute Abend, haben aber jede Menge geschafft. Genau. Ist doch ganz gut Action, so eine Tür immer zu retten. Ja. Aber extrem interessante Arbeit auf jeden Fall. Ich denke, es gibt wirklich viele heutzutage, die mit Blech rein gar nichts mehr anfangen können. Deswegen ist das auf jeden Fall interessant. Aber sag nochmal einmal, auf was die Leute sich freuen können in der nächsten Folge. Genau. Also wir werden jetzt, wie gesagt, eigentlich ist es nicht nötig. Ich werde es aber einmal sauber strahlen. Das kann René dann vielleicht einmal so aus der Strahlkabine in einem kleinen Porn dann zeigen, dass es auf jeden Fall einmal metallisch blank ist. Um eine vernünftige Schweißbasis zu haben und um auch sicherzustellen, dass es definitiv hier nicht mehr rostet, falls das Button nicht ganz zwischen kommt. Dann werden wir das, wo ich ein bisschen tief gelandet bin. Die beiden waren wir nicht. Aber das hier so ein bisschen aufschweißen wieder, damit das nicht zu sehr geschwächt ist. Die Kante hier herstellen. Ich glaube, die war ausreichend zu sehen, René, wie schlecht die vom Zustand her ist. Und werden dann unser Blech nochmal, sag ich mal, die letzten fünf Prozent einpassen, einschweißen und glatt zünden. Sehr gut. Und dann soll es das vom Thema Karosseriebau gewesen sein. Das heißt, zum goldenen Abschluss darf ich jetzt das von mir gebohrte Blech hier einpassen. Und das ist doch von T3. Kissen aufrecht. Vielupport von T3. Berat geht es mit. Fass. Der ist dort. Mache. Besser. Mache. Die Karte. Arsch. oder der Karte. Ich war! Dass. Der ist. Das war. Bis zum nächsten Mal.